Deutschland spät am Abend, ein langer Tag neigt sich seinem Ende entgegen, aber noch bin ich nicht fertig, immer noch bin ich dabei, Leute zu bewegen für die Teilnahme am Human Race, für die 10 Kilometer. Da trainiert noch jemand, komm, gehen wir mal hin, vielleicht kann ich ja diesen jungen Herrn dazu bewegen mitzumachen, 10 Kilometer, Human Race, der sieht doch ganz sportlich aus. Das gibt's ja gar nicht, das gibt's gar nicht, hier, lass mal die Kamera laufen, das ist Marco Marien, Borussia München Gladbach, der ist sogar schon mal bei der Nationalmannschaft dabei gewesen, kennt ihr, oder? Ja, achten, hallo, äh, warum, äh, ich bin Wiegalt, äh, oh, muss ich Fußball spielen, wie ist das, bist du auch dabei, äh, im August? Klar, am 15. August packen, geht's los, in Stuttgart. Nein, 31. in München. Gladbach, München Gladbach. München, 31. 15. Stuttgart. Ne, nicht Stuttgart, das ist in München. Gladbach, München Gladbach. Nein, München, 31. August. 15. August. Nein, 31. Eine Million Teilnehmer. Da sind's nur 22. Das sind ja 999.000, ein paar zerquetschte weniger, du hörst dich. Eine Million Teilnehmer, Human Race, 31. August. Ne, ne, 15. Bundesliga, Tore schießen. Ja, sehr gut. Ja, Tore schießt, macht Spaß, aber da, da ist da für ein Konzert, der Fantastischen Vier. Und, das ist doch gut, oder? Klar. Ja, machst du mit? Natürlich. Aber Laufen nicht vergessen, ne? Komm, lass uns laufen. Okay. Also, läuft doch. Anmelden für München auf lifestyle.pro7.de of 44. bao zug speziellt hier? Na,ẳng. Ja. 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 Vielen Dank.